Okay, sind wir alle ready? Ich hab keinen Chat, macht ihr mal. Actually, können wir auch mal ein Game überlegen. Also ja, er ist ja Galio OTP, aber Jone in Galio ist halt echt spielbar. Ja. Ja, aber ist es spielbar oder ist es richtig gut? Naja, also jedes Matchup, was mit Jone spielbar ist, ist gut ab 1-2 Ertom, soll ich sagen. Ja, oder man giftet ihm halt dem Jone einfach ein Kill und ist jedes Matchup gut. Vielleicht counterpicken wir einfach nochmal top, denn da haben wir eigentlich immer ziemlich gute Antworten. Naja, das kommt ja stark drauf an, ob wir Kartus spielen oder nicht. Also, 4 vs. 5 würde ich jetzt auch keinen Counterpick ins Game übernehmen. Oh, ich muss mit Kartus spielen und giftet ihm noch einfach ein Kill. Und damit, hallihallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Scrim-Blog. Diesmal kann die Ansage auch wieder Johnny machen, weil der ist wieder da, meine Freunde. Ja, nachdem ich ja krankheitlich bin. Leider verhindert war. Bin ich wieder da, freut mich. Ja, dadurch sind die Drafts noch nicht bei völlig besoffen. Galio bitte als erstes. Galio, Fiora, Heka sind unsere Bands. Lass uns doch noch ein bisschen Werbung für unser Bootcamp machen nächste Woche. So nämlich. Was ist denn da, Kutscha? Am 24. bis zum 29. Bootcampen wir in Spandau, um da mal zu zeigen, wer die vorher schon gemacht in Spandau ist und uns auch die Playoffs vorzubereiten. Denn wir spielen am 27. bis 28. Um einen Aufstieg. 26. schon, oder? Echt? Nee, Freitag, Samstag, Sonntag, oder? Samstag, Sonntag, Montag. Ja, Montag, wenn es ganz lange geht. Ja, das wäre ja. Mittwoch, ja. 24. bis 29. Genau. Von morgens bis abends gibt es das Programm. Finde ich gut. Ich hätte jetzt alle Chats offen, ich könnte mich jetzt für jeden Sub bei euch bedanken. Ja gut, dann Sub mal ruhig alle jetzt rein. Das ganze Game lang so machen, Pius? Ja, am besten. Am besten. Pius bedankt sich ab jetzt für die Subs. Ich bin aber wie gesagt, ich habe nichts zu tun dann. Was wollen wir denn hier eigentlich first picken? Wie sieht es denn damit aus? Wir first picken gar nicht, oder? Naja, aber unsere erste Pick-Rotation. Achso. Was ist... Nee, nee, nee. Wir machen das weiter, wie wir es die ganze Zeit hatten, ne? Wir picken ADC mit maximaler Prior, picken Jungle und machen dann auf R3 mit oder Support. Also kein Lux-Flex? Nee, wir sollten einfach da... Unser Ziel war doch, jetzt so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ja. Finde ich gut. Also, wir können trotzdem überlegen, ob wir Lux-Flexen wollen, so. Aber ich... Ja, also... Ich habe halt auch einfach nicht so viele AD-Optionen, bitte, ne? Also, ich glaube, der Pick ist einfach nicht so super relevant für uns. AD-Jungle, AD-Top-Man passt, glaube ich. Ich glaube, es passt auf jeden Fall, aber ich sehe jetzt nicht so... Also, was ist das... Wenn wir einen Flex haben, wollen wir daraus ja gute Match-Ups ziehen. Und ich glaube, Lux ist sehr ähnlich zu meinen sonstigen Champion-Pool. Also, die picken dann einfach, was gut gegen Lux ist und das ist auch basically gut gegen den Rest. Oh, da hat die First. Yumi ist open, by the way. Halt jemand die Layoffs? Auf dem... Layoffs? Nee, ich habe kein Delay. Ich werde Yumi nicht picken, nee. Wir wollen Yumi nicht picken. Also, ich glaube nicht, dass es gut ist. Okay. Okay, dann AD-Jungle mit einem maximalen Pryo. Warum glaubst du nicht, dass es gut ist? Ich glaube, die sind einfach gelervt worden. Aber pick schon mal, pick schon mal, Jinn. Ist Jinn auch gut gegen Lux im Zweifel? Ja. Einmal Yin. Dann haben wir Jinn im Angebot und dann würden wir normalerweise jetzt gerne Jungle picken. Ja, Lee Sin wird das, denke ich, ne? Musst du sagen, freu ich mich. Ich wollte ja wieder mehr Lee Sin sehen, aber warst du nicht so begeistert von, deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Ja, ja, deswegen picke ich jetzt einfach mehr, Lee Sin. Flo, einmal danke für die zwei Subs bei Sola und einmal Neamon. Vielen, vielen Dank für den Sub bei Sola. Danke dir, Mann. Kartoffelgangster, danke bei Kutscha. Das ist nicht Lee Sin. Wollte ich nur noch mal anmerken, falls du blind bist. Danke dir, danke dir. Gerne. Kein Problem. So, Lux also wirklich OP. Das konnte ja niemand ahnen. Ich dachte, Lee Sin ja schon gedankt. Der hat nämlich auch, oder die hat auch gesuckt. Wir sind auf jeden Fall schon mal auf einem harten AP-Trip hier bei den Gegnern. Da fühl ich ihn mal, okay? Ist der Mordkreiser der schon? Okay, jetzt mal was Sneakiges. Xerath mit der Supportplex. Oh, shit. Können wir machen, ich spiele Xerath. Ja? Ja. Gut schon. Was, wirklich? Ja, das ist wirklich. Ich glaub dir. Aber manchmal brauch ich dann schon noch mal so einen wirklich dahinter, weißt du? Dann fänd ich Xerath hier einen guten Pick. Ist gut gegen Lux Mitte, ist gut gegen Lux Support. Die können den halt bis zum letzten flexen. Aber das ist dann halt so. Ja. Alle fein mit? Ja. Und mein Prime ist dein. Vielen lieben Dank bei Kutscha. Okay, danke mal. Ich weiß aber weitensämtlich, mein Prime ist dein. Was ist denn mit, ähm... Okay, Buns sollten wir wahrscheinlich jetzt... Jungle weiterbannen. Jungle weiterbannen willst du? Äh... Kindred... Irana, oder? Aber die können eigentlich keinen AP mehr haben. Ja, mach erst mal Kindred. Ich würde Akschan gerne bannen, wenn es möglich ist, weil es sehr gut into Xerath. Hm. Ja. Ja. Okay. Und die sind auch schon sehr AP-heavy. Also die müssen, die müssen Lux da Mitte spielen. Und da ist ja eigentlich ein gutes Matchup rein. Gibt's eine Welt, in der das Mordekaiser Jungle ist? Ja, also Mordekaiser Jungle ist schon spielbar so. Ja, der hat's auch gespielt, ne? Aber ich, also ich kenn Stryker jetzt schon so sechs Jahre und noch nie sein Mordekaiser Jungle hat. Er hat's heute gespielt, vor zwei Stunden. Ja, der hat's sechsmal in den letzten sieben Tagen gespielt. Warum sollte man Mordekaiser Top-Lane-Blind picken? Nee, mach nicht. Sicher, Camillo soll jemand was picken. Das ist Jungle Mordekaiser, denk ich mal. Okay. Ja, aber wir haben High Range, so. Das ist eigentlich ganz, ganz solid. Ach, dann trotzdem Akschan. Ich würd trotzdem Akschan bannen, ne? Ja. Oder wollen wir jetzt noch ein Top-Liner-Bann, weil die haben Last-Pick? Ey, das bringt dir nix. Okay, was? Finde ich gut, dass du das auszusetzen musst. Lost-Course da oben, finde ich super. Äh, was? Ey, jetzt gibt's auch genug Picks noch Top-Line. Was würdest du denn hier picken? Set, oder was? Ja. Was kann man hier bleiben? Na, ist wahrscheinlich schwer, ne? Ja, gegen den seinen Champion Pool, Alter. Schon schwer, ja. Also, Set oder... Äh, Sion. Set oder Sion. Aber Sion ist bad gegen Mordekaiser, Alter. True, true, true. Mit Set wirst du hart outranged hier schon. Ja, mit Set auch. Vielleicht, also, aber nah. Also, nah, nah. Nah, und dann geht der Jax, ist das spielbar? Ja, ne? Ja, ist fein. Ist halt nicht gut, aber ist fein. Was ist, wenn der Mordekaiser dann geht? Der könnte auch Malfight gehen, aber dann ist, glaub ich, treu. Also, was willst du haben? Ja, nah. Wir haben auch Lastpick, ne? Wir hätten eigentlich mal... Ich hab ein bisschen Unsinn geredet, aber okay. Und wir haben Lastpick. Ah, wir hätten Top-Lastpicken können. Hm. Egal, Disco, Timo, danke für den Prime. Bei Autofill. Also, Supportpicks können wir jetzt schon mal überlegen, wenn das Luxemf Botlane wäre, würdet ihr gerne gegen Xeratham, oder habt ihr noch was mit mehr Value? Weiß ja nicht, wie gut Rakan gegen sowas wie Mordekaiser ist. Rakan kann das werden. Also, das Ding ist, die Gegner haben halt schon absolut null Jungle-Pressure. Ihr könnt halt so eine richtige Poke-Botlane schon spielen. Ich hab halt Karma vielleicht so gedacht. Karma, Jhin gegen Luxemf, stelle ich mir eigentlich ganz solid vor. Aber Jhin, Xerath ist auch fein, denk ich. Xerath ist halt flippiger, also müssen wir halt... Also, kann man schon spielen. Ist schon eine sehr, sehr disgusting Lane. Apropos disgusting. Ich würde gerne den Scrim canceln, wenn das Trim da mehr in der Mitte ist. Hat Marleen angerufen, oder was? Kassadin, okay. Okay, die haben jetzt halt gar keinen Engage, ne? Die haben super viel LP. Okay. Aber das wäre so ein... Hätten wir Rehwald jetzt, der wird Kassadin hier in Xerath. Ja, aber Nivea ist einfach besser gegen Zoe als Kassadin. Wie ist Xerath gegen Zoe? Winray? 3% mehr. Xerath ist nicht gut. Na gut, dann... Wenn wir können Xerath Botlane spielen, oder? Ja, wenn der Xerath Botlane spielen könnte, würde ich gerne Nivea haben. Xerath ist losing into Zoe. Ja, dann nehme ich Xerath. Wißt du, wann ich das letzte Mal Xerath in Teamgames gespielt habe mit Finn? Offline? Nee, beim großen Verrat. Als wir gegen Power of Evil und so getrocknet haben. Ah stimmt, Offline habe ich Xerath gespielt. Erste Ult, mein Tisch bebt, weil Sola während dessen Team wartet. Und ich denke mir einfach, was ist das? Einfach nicht true. Es ist einfach so hard true. Das ist eine Lüge, ist das. Was? Du kannst doch jetzt nicht einfach... Autofill zuflar, der echte Oxbound 1 und Chief Wingen bei Autofill. Und Chief Wingen auch bei Kutscher, Leute. Ich gehe hier, ich gehe hier, glaube ich. Kati-Chan bei Sola, viel, viel lieben Dank. Kutscher, willst du Ignite mitnehmen? Kati, danke dir. Kann ich Ignite mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich habe doch gerade gesagt, ich wechsle auf hier. Und dann fragst du, Kutscher, willst du Ignite mitnehmen? Ja, der hört mich zu. Der hört nur Subs, weißt du? Ich glaube, dass ich Donner zeichne den Augen. Ich höre, weil Pius dich gerade bei den Subs bei mir bedankt hat. Aber danke, Pius. Mit Lane habe ich Pryor up 6. Vorher glaube ich aber auch. Ich habe keinen Xero skin. Ich habe deinen Krieg auch, Pryor. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Pius, willst du noch was über deine Lane sagen? Ich habe Top-Pryor, habe ich doch schon gesagt, oder nicht? Und Bot-Lane? Bot-Lane. Boah, schwierig. Ich denke, ist okay, so even, oder? Ich denke schon, dass die mehr Pryor haben eigentlich. Meinst du? Ich glaube, wir haben Pryor. So fährt, ist auch Support. Richtig gutes Matchup in 2 Lux, ne? Von WinRacer. Ich glaube, wir haben Pryor. Und Flo, vielen lieben Dank für vier Sub gibt es bei mir. Okay, was würden denn die, wenn ihr die Gegner wärt, für was würdet ihr spielen? Für Camille, no? Also Striker spielt immer für Gentleman. Ja. Die sind halt Brüder, ne? Ja. Und so spielen die auch. Kutscher, nicht so auch? Ja. Ja. Äh. Ja. Okay, das nächste Mal, wenn ihr alle blaues Kinds nicht habt, sagt ihr mir Bescheid, ne? Ne, war jetzt das, ne? Holy shit. Die ist nicht so happy, glaube ich. Die hat doch unsere Swimmergebnisse gesehen. Was? Okay, also ... Äh, äh, los. Ich weiß, ich bin auch noch nicht genau. Mit Dark Harvest, ne? Also, um du bist es zu, zu contesten, stell ich mir hart vor. Aber oben, gedivt werden, stell ich mir auch unangenehm vor. Das heißt, wir müssen Botlane mit Druck, Drake stacken, Wind Conditioner aufbauen. Also, so wie die haben, ohne irgendwas, mit Ignite Heal, sind die extrem dive-able. Ich glaube, Botlane wird permanent Low-HP sein auf beiden Seiten. Hm. Und ich hab mehr als 10, die war ... Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Chat ist nur über 2,5, das ist ja eigentlich ein Tor spiel, ne? Ob, scalen wir die denn? Ja, aber wir haben halt Range-Vorteil. Also, die haben halt poked später. Wie sieht's aus? Mika, jetzt ist extrem scheiße auf dir, ne? Das heißt, wir müssen ... Nicht die Kette stellen. Einfach nicht gebabbelt werden. Mordokaiser kann das Gaming spielen, wenn man nicht Hardang geht und so. Und der ... Du gehst Loons, ne? Ich würd Loons gehen, ja. Die haben auch nie jemanden, der Kutcher an meine Ult tanken kann. Wir können aber auch Everfrost gehen. Nee, geh mal, geh mal. Es ging nur darum, die Säten ist ... One, two, one, two, one, five, laden, rain, hier, top 10. Das ist true, ja, die gewinnen lassen, glaube ich auch. Ja. Also, weg ... Naja, wenn ich das stille ... ... gleich im Covered. Das ist auch ein Ghost, ne? Mordokaiser by the Rainer. Die ist geworden. Ich geh für Sweeper. Lass mal hier stehen, weil wenn die wirklich kommen, gegen mich gewinnen die nicht. Die werden ja 1,5 Uhr dann hier oben geschlafen. Würden die oben durchlaufen? Ja. Also, ich würd nie oben durchlaufen. Ja, hier war Mordokaiser. Hat er denn gewordert? Nee, ne? Nee. Ich weiß auch nicht, warum der hier ge ... Was ist, wenn ... Okay. Ne, look so unten. Oh. Ja, ja, ja. Warte auf Elektroquipfer. Nice. Der hat kein ... Der hat Camp-Bash. Nice, das war's. Good call. Ich geh Blue-Warn. Ja. Dann wissen, wo First-Camp ist. Ohne Pull. Kannst du auch noch schauen, ne? Wenn der Blue macht, kannst du Red-Blue, I guess. Red-Blue? Ja, der wird ... Der ... Morde Solo-Start ohne Flash. Was meinst du? Ich hab grad High-Pegen, warum auch immer. Aber nicht so. Oh mein Gott. Ah, der wird ... ... nicht am Wach starten. Actually, der Start am Wach. Okay. Okay. Können wir mal kurz pausen, ne? Sogar Solo. Ich muss kurz mal ... Franzi sagen, dass er ... Hey. Franzi? Ich glaub, ich geh dafür, ne? Ja? Ja, ja. Achso. Also ... Ich glaub, der hat Raptors gestanden, ne? Also ... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Der ist gut, ey. Wir sehen den Cut beim Blue. Also, ich seh den ... Sorry. Okay, sorry. Das sieht sogar so aus, als ob der Double-Camp möchte. Also, der macht, glaub ich, Grumpel und gleichzeitig. Mal, ob du ready bist. Ich bin ready. Okay. Ja, dann mach mir das. Also, die Kamelle hat 100% Move. Zoe und ich werden ziemlich zeitgleich sein. Die hat Q first geskillt, die Zoe. Also, keine Bubble oder so. Weißt du, wenn ich mal hard pushen hier? Ich glaub, das ist gut ... Gut ... Gut ... Gut ... Gut play. Lass uns das machen. Hat der ja gewartet, weißt du was? Ja, der hat den Ward rausbekommen, da. Okay. Mal, ich sweep hier? Okay, er hat Blubach fertig. Ja, Zoe will jetzt musen. Ne, der war mein. Nice. Ich mach Grumpel und werde in meine Botzeit gehen. Der Midlane ist low. Okay. Ja. Also, 100 HP. Mhm. Der Wardlight ist auch schon gut gechunked. Der wird Raptors gehen wollen danach, ne? Also, seine Raptors. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich mach enemy Wölfe noch und geh dann Botzeit schon. Gehst du über Mitte perfen? Ja, ja. Ich perfe gut. Okay, dann lass mich ein bisschen pushen. Wo ist der Morde jetzt gerade? Der wird Botzeit jetzt reinrufen. Ja, Botzeit, aber der ist ja Level 1. Der eigentlich 2, Mann. Ja, ja, ja. Der wird trotzdem das Gas-Ding, Alter. Ich will Botcrap auch fighten. Ja, ich lass mich halt ein bisschen rein pushen, damit wir den Gang durchkriegen. Ja, das Ding ist halt, wenn wir jetzt... Also, wir müssen halt Agro spielen. Ja, ich komm gerade. Let's go. Oh, Minion-Way. Nice. Nice. Flash, bitte. Die muss eigentlich auch drauf tp'n, ne? Was ist? Die muss eigentlich direkt drauf tp'n. Ja, ich geh für Botcrap hier und dann... Die ist für ein paar P-Bot. Du kannst Botcrap, wir können... Ah, ne, die machen Botcrap. Schade. Ne, wir sollten das Friesen hier, glaub ich. Du kannst Resetten, wenn du willst. Jo, ich resettle. Ich kann hier Botcrap kommen. Ja, ja, die muss hier auspushen. Ich werd mit wieder hin tp'n, damit wir weiter Prior spielen können. Die hat keine Bot, die hat keine Bot. Ja, ja, ja. Ich bin da. Nice. Nice. By the thumbs of Bot. War das jetzt eigentlich nice? Ja. Nice. 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 Soja hat harte Priority. Wird deine Raptors worden, I guess? Kann sein, dass ihr auch für T-Botcrap spielen wollt. Ja. Ja, ich werd aus Base topside gehen. Luke Smith gerade. Okay, Luke Smith. Mordekaiser geht hier für Top-Crap gerade. Ja, kann sein, dass die drei mal in Top spielen, ne? Ja. Ja. Ich bin topside also. Ah ne, so ist Mitte. Luke, sorry, der Bot. MF geht jetzt Base. Vielleicht ist der auf meinen Raptoren. Okay, weiß er nicht. Aber da wird gewordet sein, ich weiß davon aus. Also, die haben Info über unseren Jungler. Kann sein, dass die Bot gleich aggressiv spielen wollen. Also MF kein Flash bis 830. Soja auch kein Flash, Soja auch kein TP. Hast du pink den Dings? TP auf jeden Fall. Flash nicht, ne. Flash war 20 Sekunden vor TP. Aber alles. Okay. Ähm. Ich hab Bitline Hunter Prior. Vielleicht treme ich jetzt wieder runter und will spielen für Botzer. Oh. Mordemütze. Ich bin on my way. Ich brauch noch ein bisschen. Oh, ist fein. Nice. Sockt auch viel XP weg. Ich geh Pixel pinken. Hm. Der wird actually in seinen Topside gehen, ne? Ja, der wird Grump gehen. Ja, ich könnte nicht invaden. Ja, ich bin halt jetzt Botzer. Wird kein Botelux. Kamil kommt aus Base, aber geht halt früher da. Ich glaube, es ist kein guter Play. So cocky. Mordekaiser ist Topside. Ab dem Moment, wo ich Six bin, hab ich hier Mitte Perma Kill Pressure. Der ist, äh. Das ist so illegal, find ich nicht, oder? Ja, das ist komplett illegal. Ich bin auf dem Weg. Die haben Vision, right? Also Mordekaiser ist Topside im Jungle. Pretty, pretty sure. Ja. Ich bin, ich bin da. Bei mir ist kein Flash, ne? Beide, beide, beide. Beide? Ja. Ich bin einfach gone. Äh, kannst du mich Mitte covern vielleicht? Ich will grad Drake machen, ne? Okay. Ich bin ein bisschen reingebaut. Aber, also, so, so, somewhat hab ich dich damit auch gecovert. Ja, genau. Aber, weißt du, wie viel... Ich hab keinen Smile Up. Okay. Also, wenn die den Müllwärmungen sollten, dann aber auch... Also, wir können... Ja, ich hab's bloß, einfach die Mitte-Wave fachet. Gibt's gar nicht auf das Reef-Set, ne? Ja, das ist... Ne, das ist... Aber Mordekaiser wahrscheinlich auf Raptoren. Ja, ich geh Raptors checken hier. Ja, der... Der spielt top echt aggressiv. Ich glaub, der hat Wischen auch. I wrap das ab. Mordetop set. Ja. Ich komm... Ich komm noch dazu. Ist im Raptor. Ja, ja, ich... Straftat gar nicht, Alter. Oh. Oh. Das geht... Das geht... Zoe kann mich one-shotten. Oh. Ah. Ich hab nicht gesehen. Wie, Loh, du bist... Okay. Mordekaiser ist auf Torn. Der jungelt sich jetzt wieder hoch. Ja, ich würd jetzt in der Mitte einer Wave half pushen. Dann werd ich resetten, ja. Top-Slow push zu mir. Ich bin on my way bot hier. Naja, wir müssen raus. Super low. Also ich... Ich hab eine W. Ich hab eine W. Mehr hab ich nicht. Okay, okay, okay. Keine Thumbs of MF, right? Ja. Okay. Wo ist Zoe? Moch die Top-Side? Ähm... Ich geh jetzt nicht davon aus, to be honest. Könnte. Ich mach Krabbe und move auch Top-Side. Also eigentlich sollte die resetten. Die sitzt auf 1100 Gold. Das ist ne fette W. Top-Side. Mordekaiser ist auf jeden Fall Top-Side. Kein TP. Ja, kann schon sein, dass die in deinem Top-Spiel, na? Ich könnt hochkommen und covern. Cover mal, activate. Ich bin auch schon on my way aus, weil ich's... Ähm... aus Mitte. Ich mein, wir... Wir sehen Zoe ja dann auf der Mid-Land, wenn sie's nicht spielen. Oh, die ist Mitte. Also, muss nicht hoch. Jo. Oh. Ey, das ist Mordekaiser auf meinen Raptor. Ich kann kommen. Ich kann kommen. Ja, ich glaub, der ist Top-Side hier. Kamel moved? Achso. Ja, ja, ja. Ich kann nicht move'n. Ich bin unterwegs. Ah, ich... Ich hab Mitte noch ne huge wave. Okay. Okay. Ich lauf wieder runter jetzt. Also Camel hier Top-Side und Mordekaiser auch Top-Side. Mh... Können wir bitte für nen Kill schauen bald? Sie hat wieder Flasher. Sorry Richtung Bot. Aber ich glaub, wir können die einfach trotzdem. Oder 100% Flasher. Ja, ich bin grad... Move-Mitte. Ja, ich werd Pink hier... Vision clearen. Und Bot-Land-Cover-Niction. Ich lauf Bot-Land-Cover. Ah, wir kriegen actually richtig hart aufs Maul gerade. Ah, mein Witz. Waren wir hier? Mh... Ich hab deinen Rücken. Ah, ich hab auch ein Auge auf Bot. Mh... Damage, Alter. Von der scheiß Lux eh. Also fühlt sich langsam nicht mehr ganz so playable an, die Lane um ehrlich zu sein. Okay, wollen wir Harrods swapen oder so? Wir sind halt bald Level 6. Ich glaub, wenn wir Level 6 sind, dann können wir die halt übelst runter chasen. Aber jetzt grade können die uns ziemlich gut zonen von der Wave. Okay. Mf, kein Ult. Mf, kein Ult. Haben wieder Flash beide. Mf, kein Ult ist hier. Nice one. Mordecai, sie hat Ult noch, okay. Ich bin fine wenn der nicht ult ult. Jetzt nix auf dem Kayden hier. Ja, aber der blockt das einfach. Ich hab Bitlane, Karma, Pryo und ich glaube ich kann die gleich auch Solo killen. Das war Flash auf jeden Fall von Lux und von MF auch. Not quite sure. Doch, doch, die hat mich reingeflasht, die MF. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Dann von beiden Botlanern und Flash die gerade. So geht Base, die hat TP 30 Sekunden vor mir. Ich geh auch Base. Wir wollen jetzt schon Herald noch kriegen, das ist wichtig. Wie wollen wir das denn spielen? Können Bot einmal richtig reindrücken und dann move ich oder so. Die können halt einen Target super fokussen, damit Kamil Mordekaiser. Kamil Mordekaiser und Zoe Bubble ist schon, aber ich glaube, wir haben Playpotenzial. Wir können jetzt rein, wir move jetzt einfach rein. Ja, ja, macht das, macht das, macht das. Wir können auch Mitte für nen Kill schauen. Wollt die Krabbe noch mitnehmen? Ja, die geht ja schnell. Ich probier jetzt Mitte. Ja, ich bin auch da. Nice one, schön. Okay, let's play, Herald. Nehm ich. Geh wieder runter, oder? Oder soll ich dich nehmen, Bot-Gain? Also ich werde Bot gleich, ich weiß nicht, ob du die finden kannst. Ich kann da auch runter move sonst. Ja, ich tippe. Okay, wir sind auf Herald drauf. Mordekaiser geht Bot-Seite, das sieht nicht so aus, als ob wir ihn testen wollen. Draken 40 wollen wir auch spielen. Ich kill die hier unten, glaube ich, wenn du... Mordekaiser moves auch Bot, ne? Ich zeig mich mal. Mordekaiser ist auf Krabbe noch. TP Mitte, TP Mitte. Die Krabbe ist gone. Ah ne, die haben wir noch. Die haben wir nicht. Mordekaiser. Ich geh back, Bot-Seite. Hat die Lux Flash? Weißt du das? Nein, kein Flash. Kein Flash auf Bot. Beide? Ja. Ich komm runter zu dir. Einer muss mitte halten. Mordekaiser ist hier ohne Flash bei Duoi. Der kommt hier. Ich bin gleich da. Einfach überleben. Ich überlebe das, ich überlebe safe. Okay. Wir müssen auf Zoe aufpassen, die ist on the way. Schön. Nice. Ich brauche ein Reset. Nimmst du die Bot-Base? Ja. Was ist die Bot-Base? Luxus 100 HP, MF 300. Ja, ich starte solo Drake. Also wenn die Bot-Lane hier Temporal Sacrifice, könnten die da noch sein. Ja. Ja, dann bin ich auch fein, glaube ich. Ja, ich darf auch. Also Zoe hat jetzt die Cannon Wave durchgebusch. Die move top. Ja, wir wollen mich gleich jetzt halten. Die war ein Thunder-Pause. Ich könnte hochkommen mit dem Max. Der Morde ist noch tot, ne? Schaffe ich mich zu zweit, Pius? Denk schon, ja. Dann move ich. Nice. Ich hab Drake. Ja, sehr gut. Great. Wir haben noch Herald für zwei Minuten. Wollen wir auf jeden Fall ein Play mitmachen. Am besten in Mitte, wenn es geht. Ja. Lux miss gerade. MF hat zu Big Spike. Flash hat... Lux hat keine... Ich meine, Zoe hat keine Flash. Also wir können das so machen. Blue-Buff? Jo. Bot-Lane wird gehard gepusht. Lux ist, glaube ich, nicht auf Bot. Lux ist nicht auf Bot gerade. Top-Fighter? Ja. W noch. W noch. Okay. Wenn du was triffst, bin ich da. Ich fight die Mitte, ja. Go, go, go. Lux, Bot. Nice, schönes Ding. Wir machen Herald mit. Ich werde aber weiter Wegs halten. Ja. Was ist mit Bot? Wie viel kriegen die da? Weiß ich nicht. Nicht so viel, ich ultiere einfach. Ich kann oben halten, wenn du willst. Dann kannst du runter die Bienen. Ja. Wir kriegen Mitte-Turm. Wir kriegen Mitte-Turm. Kommen wir Mitte-Turm? Ja. Mordecaiser auf Crafts. Ja, ich gehe. Zweiter Charge noch. Actually, zweite Turm noch. Lux ist ein 3er. Was? Fokus, Fokus. Die Zoe ist jetzt ab. Ja, wir sollten top-moven. Der ist super low. Ja. Der ist, der ist gone bis dahin, ne? Ja, aber Top-Land-Turm, ne? Ja. Ja. Ja, irgendwie kannst du machen. Der wird alleine sein. Hat die Camille ult? Keine Ulti. Keine Ulti. Ja, dann liege ich einfach so durch. Warte, wie viel upheert der denn? Wie eben das weg. So. Ich bin auf jeden Fall stark. Johnny auch. Ja, ich bin sehr, sehr stark. Wir müssen nur auf die Lux auffassen, das Einzige. Die kann ich, glaube ich, gerade jeden One-Shotten. Ja. Mercs hat super viel Value hier. Ey, ich, äh, Lux, Lux, Lux. Beide keinen Ult. Beide keinen Ult. Nice. Äh, drei Minuten Drake. Den kriegen wir richtig, richtig. Ich guck hier gerade noch für Bot. MF ist hier. Ich sweep hier mal. Ja, komm mal, komm mal auch runter. Komm mal runter, komm mal runter. Ich bin unterwegs. Kamil Miss. Kamil ist noch da. Aber wir können den Torm hier holen. Ich hab mich gespottet. Sorry, ich könnte überall hinmoven gerade. Ich nehm Mitte Wave an. Ich nehm gleich mega. Ich will nicht fighten, Geist. Ich hab zweieinhalb K. Ähm. Okay, nice one. Also ich kann aus der Base auch einmal Top-Move, aber ich sollte actually in die Mitte moving. Fuck Top-Turret, no? I mean, halten wir schon nice. Naja, ne, ne. Wenn Mitte, wenn Mitte verlierst, glaub ich. Ne, wir verlieren nicht Mitte. Mordekaiser könnte im Top-Side-Jungle sein gerade. Ja. Ja, die gehen wahrscheinlich. Musst ihr aufpassen. Ich glaub, der ist hier irgendwo. Ich kann auch moving. Ich hab noch Ult, theoretisch. Ich move aus Base grad auch Top-Side. Ja, wir wollen also Top-Side. Aber ich würde einfach Turm nehmen und gehen. Hier ist der Mordekaiser. Mordekaiser hier bei Xerath. Ja, dann hab ich Top. Ja, der wird mich killen. Wir haben Jhin bei dir, aber... Äh, ich wird anderen gefeitet. Bei K. Ja, ich hab die. Ja. Drei Mitte, drei Mitte. Okay. Ich bin auch Mitte. Ich bin auch Mitte. Haben wir... Kein TP. Äh, Flash ist auf enemy Bot. Ich werd um für Turm gehen, okay? Ist wieder ready, ist wieder ready. 14, ja, ist wieder ab. Ich stehe jetzt zwar ein bisschen full, ne? Aber ich mach ein bisschen Turm-Damage. Ich kann auch covern. Ja. Wir kriegen ja auch... Wir kriegen ja Mitte. Ja, jetzt nimm die Wave und dann geh ich Base. Ich würd gern jetzt die Visual-Drag... Ja, Drake, äh, Bot-Side-Jungle packen. Für Drake, ja. Ja, 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 ja. Sollte für'n Drake auch einfach früher da sein. Ich glaub's wichtig. Das war grad auch kein Willow, aber die sollte wieder Up sein für Drake. Eine Minute. Ich bin sehr, 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 sehr stark. Also, wir sollten einfach... Best Case Front-to-Back um mich herum spielen. Also, sowohl Kamil als auch Morde leiden. Ulten unter mir gerade. Ja, ich werd nicht für'n Insec gehen, ne? Weil der Morde mir echt dann ultet. Ja. Ich glaub wir müssen... Die gewinnt Fights nur mit Zoe, Bubble oder Lux. Ne, wir müssen halt schauen, dass wir relativ fast einen Engaged finden, ne? Ja. Ich glaub wir haben genau so... Jetzt hätt' ich noch einschaffen. Ja, ja. Aber also, wenn die... Wenn die nicht schlecht sind, dann ultet mich Morde jedes Mal. Also, wenn wir... Wenn wir einen Jinvi treffen auf egal was, ist das Target eigentlich immer dead. Okay. Oh, oh, durch, durch, durch. Wir nehmen die Beide. Nur wir beide nehmen die Beide. Irgendwie hinterher. Die hat kein... Ja, doch, die hat jetzt wieder ultet. Morde Kaisers is maybe behind here. Die haben uns jetzt wirklich auf dem Weg. Digit hier rum. Lux ist mit. Hä? Mag einfach, ne? Für Cheaping. Okay, kommen wir nicht ran. Pass auf für Turn. Da wird noch mehr sein. Ich hab gleich Mega, ich hab gleich Mega. Go, 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 go. Good Fight. Zoe. Okay, Zoe kann Flash. MF. Nice. Nice. Nicht Hover Chasen. Go Drake, go Drake, go Drake. So. Nicht Hover Chasen. Ja. Wir können, oder? We can, we can, we can. Die ist da noch, ne? Die gewinnen, die gewinnen. Zoe is low. Morde, ich bin auch in der Ult mit Morde, ne? Passt das? Wir sind da, wir sind über uns. Wir töten Morde danach einfach. Nice. Schönes Ding. Hier bei der Dre. Ja. Hier kann TP'n, maybe. Das ist top neben, oder? Schade. Lux hat 10 AP. Müssen wir? Nee. Aber die ist da alleine. Ich glaub, ihr habt das. Ich komm trotzdem mal sicher. Guck mal für TP's, bitte. Ja. Aber kommt nix. Sehr gut. Ich nehm auch Blue. Ein Harry King wäre mir richtig wichtig für den nächsten Drake. Können wir dann forsen. Top Tower ist auch da und jetzt. Äh, um. Hä? Hä? Ich move noch. Ich move bot. Mütze Tom ist ja ultra keen. Wir können Drakes quasi nicht spielen. Also ich, ich, ich kann gegen Camille nicht die finden. Die kann mich diven. Ja, Johnny kann glaub ich. Ja. Klar. Ja, oder wir baiten und jemand covert mich. Nee, nee, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja, ich kann, ich kann immer covern, ne. Ich glaub, ich bin nur viel, viel stärker als die Camille. Also ich glaub, wenn wir beide auf Sides sind, ist das besser für die. Ich glaub, die haben halt nur Camille aktuell. Ja, okay. Ja, ihr seid immer noch stärker als das. Von denen wäre bitte upstepped. Ich kann hier direkt töten. 5 Euro. Hab ich in dem Fall geflasht? Mach mal nicht, mach mal nicht. Ich komm nicht ran. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob die das dürfen. Oh, was? Camille muft rein. Die Camille macht schon die Golems? Nee, nee, die macht Katte Golems. Wirkstes Haar vielleicht gerade. Ich glaub nicht, dass die hier eigentlich die Golems machen dürfen. Ich glaub, der ist so. Wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir müssen eigentlich gar nichts machen. Camille wird da irgendwo sein, ne? Ja, ja. Wenn wir hier eins... Wir müssen raus sein, wir haben Pius unten. Wir haben Pius unten. Wir können mit hier jetzt upsteppen. Ja. Wenn wir hier eins treffen und ich's lernen kann, sind die eigentlich dead. Camille wird gleich mit Botmower. Camille ist top. Camille ist top. Camille ist top. Ja, gut, gut, gut. Können wir hier den Watch stellen? Haben wir Sweeper? Ja. Kannst kicken? Der ist noch CC. Ich sollte 1-1 gewinnen. Ja. Ah, ist close, ist close, ist close. Hier ist... Ist sehr awkward hier gerade die Position. Ich hab den sofort... Ist sehr close. Camille ist in der Auge. Oh, lass mich da mit mir. Können wir das hier jetzt schon mal spielen, oder nicht? Ja, können wir. Ich hab dir MF... MF kein Flash. Guck mal hier, Lux, Lux, Lux. Ja, ja. Steht da ein Slow. Nice, nice. Harald? Nimm Harald und... Nash, 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 Nash. Nash 10. Haben wir den Damage dafür? Ja. Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Hier. Der andere ist. Das Heiting gibt es leider nicht in TFC, deswegen weiß ich nicht wie es heißt. Okay. Er hat... Er zieht einfach durch actually. Macht einfach full damage auf Nash. Wo ist denn die Camille? Camille war Bot. Bot? Ja. Ja. Schaut nur für. Ne, Lux ist auch nicht ab. Aber durch die Top Wave, Johnny, oder? Ich gebäß. Der Botland TP. Ich hab zu viel gehört. Guck doch auf Stopwatch, der Weg wird... Huge. Ja, Fokus ist erstmal den Nash auszuschwimmen. Ähm... Ich glaub 1,4 sollten wir schwimmen. Können grad zu dir runter wohnen? Also actually, könnten wir auch 1,3,1 schwimmen. Lass mal hier coveren, oder? Lass mal hier coveren, oder? Lass mal hier coveren, oder? Ja, Bot. Ich move Bot durch. Ich bin on my way. Ich bin on my way. Äh, wir sind unter 2, ne? Nice. Wir move'n rein von Bot Side. Du kannst Bot einfach weitermachen. Ich hab'n 20 Ult. Wir gewinnen, wenn ich da bin. Morde hier, Morde hier, Kekke. Ähm, MF kein Flash. Ist spielbar. Ich geh da rein. Ja, ja, wir gewinnen, wir gewinnen. Oh, danke Morde. Ich bin im Egg, oder? Ja. Ich bin im Egg, ich bin im Egg. Der Morde ist auf 300 AP. Ich hol dir. Okay. Kein Flash MF. Oh mein Gott, ich bin so ein hästiger Bastard. So. War schon ein Special, Alter. Äh... 1,10. Wir sollten mal resetten. Ja. Ich sollte mal resetten für Drake. Ja. Ja. Okay, äh... Play yourself a vision und resetten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie bin ich denn auf die Taste gekommen? Ja, wir gewinnen hard Fights. Es ist wirklich un... Es ist einfach unwinnable für die so. Ja. Also ich glaub' wirklich... Es ist einfach... Wir... Lasst euch einfach nicht viel Zeit, ne? Wenn ihr was seht, geht dafür. Wir... Wir slappen die einfach mit unserer Geldbörse in die Fresse rein. Nö. Wir sind nur, wenn wir uns Fokus haben. Das ist der einzige... Ach... Kamel, Kamel, Kamel. Ja, ist wirklich so. Oh! Oh, Kimmel Bot ist schon... Schon far. Ich geh' hier weiter. Komm hier durch, ne? Okay, okay, okay. Oh, komm mal hier, komm mal hier. Achtung, Achtung! Bubble, Bubble nicht! Wir können den Fight hier einfach nehmen, ne? Ich geh' hier rein. Oh, nice one! Ach, was? 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 Das ist fein, ist fein. Geht einfach raus. Ich hab' 30 erstes Smite up. Mach' mal Puls. Keiner Puls. Keiner Puls. Lass' mal hier rein, dass man nicht den Jungs bin. Das muss jetzt außen rum. Ja, wir brauchen gar nicht weggehen. Honeyfruit. Honeyfruit. Haltet... Haltet Positionen. Ich bin zwölf Sekunden wieder ab. Denkt an, die haben keinen Jungs. Gefangeler. Ich hab' den Meister Helfer des Smites So. Ich bin hited. Aber... Ich bin fein. Okay. Nice. Good job. Ich hab' es. Einfach drachen. Sogar einfach drachen. Getrake getrake. Oh, meine Damen. Ich kann ja nicht essen. Wir können ihn weitermachen, wir können ihn weitermachen. Kein Flash, Pius. Hast du 4 Shot? Ja, ne? Ich damage Drake. Okay, du hast 4ten. Nice. Du hast ganz viel geclankt. Wir können chasen. Wir können chasen. Beide keinen Flash. 2 Sekunden D. Nice. Good Job. Bot Wave noch einer. Na, Kamil lädt die da im F auch. Kommst du ja ran. Ja, ich könnte flashen. Mh, haben wir noch Immap, oder ist das zu bad? Ja, ja, ja. Morde in 3 im F ab. Ja, aber außen. Ne, können wir nicht, können wir nicht. Der hier ist super risky gegen die. Naja. Naja. Lass mich W, lass mich W, lass mich W. Lass mich W. Ich bin 10 wiederholt. Schönes Ding. Nice, gut Job. Ähm. Ja, das ist ein sehr männlicher ADC, oder? Ja, da ist halt irgendwo noch Kamil. Die ist super low. Oben, warte. Stark. Fortnite Wave kommt. Ja, ne, geht bot, geht bot. Ne, geht double in. Geht double in. Geht double in. Ihr habt immer noch Wave. Jetzt nicht mehr. Ihr könnt den, könnt den Torwart auch so machen. Ah, ihr könnt noch Wave kommen. Wir haben 10 auch, sorry. Wir sollten nicht denken. Ich werde den Morde gleich bohren. Ich hab dann wieder mega. Er wiederholt der Morde, ne? Tower und raus, aber Tower und raus. Echt? Ne, ne, ne. Geht in. Geht in. Geht in. Inip und danach reset. Geht alle den gleichen Weg, ne? Ich kann den hier wollen. Na Mann. Wir sind schon sehr lange auf der Morde. Ja, ja, ja. Wattest du hier oben noch dran? Ja, lass mich kurz sinken, das ist alles leiserig wegkommen. Ich vertraue ich noch. Und Gott. Ich glaube, hier ist nicht gut, wie wir das kommen. Ich glaube, die Chaser ist so lange nicht gelaufen. Nein, nein, nein. Dann gucken wir es jetzt nicht in der Schwester, ne? Ich kenn sie nicht. Das kennen sie nicht. Ich geh dahin. Da werden sie wahrscheinlich versuchen. Hm, glaubst du Blue Bar fallen? Ne, ne. Wir müssen Nash. Ja, wieso? Ja, ist Last Call so. Desperate. Das Game ist lost für die. Ich würd's flippen. Oh, ja, macht entspannend, ne? Die sind nicht schnell. Ne, ne, ne. Aber die wollen uns strippen, ne? Oh, ich will die Krabbe. Nice. Wer holt die da ab jetzt? MF. Du kannst auch einfach random holten, wenn die MF so weit vorne steht. Ja, ich schau Gott auf MF von Lux. Stopp. Oh, wie kommt Morde? Oh. Das ist so ein awkwarder Action. Hast du den Morde? Ja, aber der wird überleben, der wird überleben noch. Ist low. Oh, ja, ich hab den. Oh, naja, wo ist er denn? Kamil, komm gleich dazu. Ich bin in der Bubble. Wenn die hier lang gehen, hab ich die noch. Wir können Mitte Geist. Komm, hier, 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 hier. Trosten. Einer hat geflasht. Einer ist tot. Willst du auch mir? Die Pius hier helfen, maybe? Ja, ja, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Wenn ihr die Ulches, hab ich die. Ey. Ich bin Mitte Geist. Ja, weh, weh. War schade. Was? Wir haben auch echt. Wirst du ja schon immer das Psychopathen auch früher erstellen. Oh, die leben gleich. Morde müsste noch Wollt haben, oder? Ne, Morde keine. Okay. Nice, Mann. Good Job. Zoe? Ja, take up. Oh, schade. Nice. 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 Gutes Game. Super. Wer will, wer hat noch nicht? Och, ich, ich, ich würd. Du hast die letzten beiden, ne? Ja. Ja, deswegen. Ja, das war ein weiterer Scrim vom Team. Wir stehen immer zusammen, lassen uns nie hängen und kommen nie zu spät, oder nicht? Ihr checkt auch die Prime-League-Matches. Die letzten beiden gab's bei Autofill. In zwei Wochen Bootcamp, Leute, da müssen alle einschalten. In zwei Wochen Bootcamp, dies, das, Ananas. Ich hab wieder alle Chats offen. Sehr gerne.